Moin, moin Leute! Heute geht's weiter mit Assassin's Creed Origins und wir sind hier in Fai... Ich glaube wir sind in Fai... Ja, wir sind in Fai-ium. Fai-ium. Und sind eigentlich aus dem Weg hier rüber wegen den Schuppen des Krokodils. Aber, weil hier eine Quest ist und wir noch nicht vom Level so ganz hoch genug sind, haben wir gesagt, machen wir hier den Mord im Tempel. Und versuchen den mal aufzuklären. Oh Gott. So, bitte leck mich, bitte leck mich. Oh, da kächt mir noch. So, jetzt läuft es. Okay. So. Oh Gott, rüber da. Hopp. Hopp. Und hopp. Bleibt zurück! Es geht keinem von euch etwas an. Macht weiter mit! Hi, wir helfen. Bist du der Philakitai? Ja. Bring hier bitte nichts durcheinander. Meine Arbeit ist doch so schon schwer genug. Bitte verzeih. Aber als Beschützer interessieren mich solche Verbrechen. Du bist ein Beschützer? Ah ja, ich sehe das Abzeichen. Du bist ein... Magi! ... aus dem alten Königreich. Sieh an! Verzeih mir. Diese grausamen Morde machen uns allen zu schaffen. Das ist nur der letzte in einer Reihe von kaltblütigen Ritualmorden durch Anhänger von Wadjet. Ehrlich gesagt bin ich mit der Sache überfordert. Da kann ich dir behilflich sein. Ich habe ein wenig Erfahrung mit Mordfällen. Dass er das sagt, Mensch... Vielleicht kannst du bei den Ermittlungen helfen. Die Kultisten hinterlassen meist eine Nachricht. Ich habe sie noch nicht gefunden. Wir sollten im Tempel nachsehen. Du sagtest, es gab noch weitere Morde. Der Kult bringt Tempelbedienstete um. Öffentliche Personen in Karanis. Niemand weiß warum. Jeder könnte ihr nächstes Ziel sein. Die Griechen leben in Angst. Sie sagen, es stecken Einheimische dahinter und verlangen nach Blut. Ja gut, dann werden wir ihm mal helfen und schauen uns jetzt mal im Tempel um. Vielleicht finden wir ja was. Wer hat diese Ritualmorde für üblich? Das ist die Frage. Der Zeitpunkt ist sehr ungelegen. Jahrelange Arbeit, um ihn über dem schlecht gebauten ägyptischen Tempel zu errichten. Etliche Verzögerungen und Probleme. Und jetzt das. Macht mit. Das ist eine Menge Blut. Jemand wurde gefesselt und gefoltert. Hier vor der Statue. Es sieht aus, als hätte man ihn übel zugerichtet und rausgeschleift. Das war sicher der arme Altardiener. Außer ihm war niemand hier. Warum machen die sowas? Das versuchen wir herauszufinden. Ah ja, okay, genau. Hier ist auch was. Ein griechischer Gott, wo einst ein ägyptischer stand. Das dürfte einige Ägypter sehr ärgern. Jemand hat den Gott mit grüner Farbe beschmiert. Der Kopf wurde auch bedeckt. Moment, da oben ist noch etwas. Okay. Oh Gott, der ist ja komplett voll mit grüner Farbe. Oh Gott, komm hoch da. Ach, der ist ja wirklich komplett bedeckt. Rüber da. Und da ist was. Serapis Gesicht ist verborgen und mit grüner Farbe verunstaltet. Hier wurde eine grüne Wajet-Maske platziert. Wajet ist die Schutzgöttin von Ober- und Unterägypten. Ah. Da hat mal jemand ganz klar Stellung bezogen. Aber wie sind sie mit den Sachen hier hochgekommen? Ah ja, da vorne ist noch was. Bei Amun. Das ist mit Blut geschrieben. Es ist noch feucht. Ach da. Brief des Mörders. Heute werden wir unseren Tempel an euren dreckigen Gott rechnen. Das Blut eures Hohepriesters wird eure Schuld bei Wajet begleichen. Für die Götter. Okay. Als nächstes wollen sie den Hohepriester umbringen. Wir müssen ihn finden. Der Philaketei sollte wissen, wo er ist. Ich komme. Ich komme. Hi, sag mal, wo ist der Hohepriester? Philaketei, ich habe ihre Botschaft gefunden. Sie wollen euren Hohepriester töten. Den Hohepriester? Bei Serah Besnein. Er ist das spirituelle Oberhaupt von Karanis. Wir müssen ihn finden. Wo ist er? Raus damit! Seine Villa ist nicht weit. Ich weiß, von wo man sie aus sicherer Entfernung beobachten kann. Hier lang. Ja, dann los. Von der Tempelmauer aus können wir alles sehen. Euer Tempel ist der Grund für all den Ärger. Die Einheimischen fühlen sich provoziert. Das ist absurd. Er kurbelt das Handwerk und den Handel an. Alle profitieren von ihm. Der Ermordete und der Hohepriester sehen das vielleicht anders. Götter, was für Ärger ich bekäme, wenn der Hohepriester stirbt. Wir müssen uns beeilen. Oh Gott, okay. Politik? Wir kommen schon klar. So wie immer. Was? What shit? Akzeptiere das Blut dieses Ketsas. Gib uns... Ich bring dich um. Nein. Ich treffe ihn. Ich kann ihn treffen. Ich kann ihn treffen. Da bist du ja. Ich kann ihn nicht nach der Hohepriester holen. Da. Hi, Hohepriester. Ich hoffe, ich kann ihn. Ich bin mir sicher. Ihr habt Glück, dass ihr nicht im Tempel wart. Sonst wärt ihr schon tot. Serapis. Die wollten mich abschlachten. Diese Ägypter sind gottlose Dämonen. Keine Menschen. Entschuldigung? Es war ein Ägypter, der euch gerettet hat. Denkt daran, wenn ihr betet und euch bedankt. Ja. Wir Magi beschützen jeden. Ganz egal, wer er ist. Genau. Jetzt reicht's aber auch. Ich ging los, als der Kampf begonnen hatte. Aber ich komme wohl zu spät. Danke für deine Hilfe, Magi. Das macht meine Arbeit hier mit Sicherheit einfacher. Du kommst allerdings etwas spät. Was weißt du über diese Banditen? Ägypter, die mit den Griechen hier unglücklich sind. Wer weiß, aus welchen Löchern sie kamen. Sie sind sicher erbost, einen griechischen Gott hier zu sehen. Ohne Zweifel. Verständlicherweise. Ich bin sicher, es wird noch viel mehr Ärger geben. Die Ptolemäer versuchen uns zu entzweien. Damit hast du leider recht. Griechenland hat Ägypten Wohlstand gebracht. Doch einige lehnen den Fortschritt ab. Das kommt auf deine Vorstellung von Fortschritt an. Fortschritt für Ägypten oder für Griechenland? Lebe wohl, Philakitai. Und denke beim Beschützen an meinen Kodex. Sehr gut. Damit ist das abgeschlossen. Und wie... Oh, da ist noch eine Quest. Ach, cool, cool. Das ist fein. Oh, Baby! Ich sah dich beim Philakitai von Karanis. Bist du ein Beschützer? Ja, das bin ich. Stimmt irgendwas nicht. Bitte, wir brauchen Hilfe. Gestern wurde mein Gatte Zeuge von etwas Ängstigendem. Soldaten zerrten einen Mann unter den Tempel. Dann hörte er Schreie. Wir leiden schon Hunger, weil es kein Korn gibt. Jetzt habe ich auch noch Angst, dass sie meinen Mann mitnehmen. Wir können keinem mehr trauen. Nicht mal den Philakitai. Ich rede mit deinem Mann. Wo kann ich ihn finden? Er ist Steinmetz in der Nähe des Tempels. Bitte sei vorsichtig. Die Soldaten dürfen euch nicht sehen. Okay. Gut. Dann machen wir das nämlich direkt auch noch. Oh, weil wir ja sonst nichts zu tun haben. Nein, okay, bestimmt ist es nicht, aber... Oh! Ich glaube, hier müssen wir sogar rein. Okay, müssen wir doch... Müssen wir doch... Nee, nee, schwein. Da findet man mal das unterirdische Vorratslager und dann ist man falsch. Schnell, 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 schnell. Das ist interessant, wie weit ich schon warst, derzeit. Echt, da bin ich immer wieder geflasht. So, wow. Hi. Steinmetz, deine Frau hat mich aufgesucht. Schhh! Wie bist du hier hochgekommen? Bei Amun, diese Frau gibt keine Ruhe. Ich sagte ihr, was können wir tun? Uns normal verhalten. Ja, genau, ganz normal. Genau. Beruhige dich. Du hast gesehen, wie Soldaten jemanden unter den Tempel gezerrt haben? Ja, nein. Nein. Doch. Also gut, es stimmt. Es war nicht das erste Mal. Aber gestern war es anders. Es gab Schreie, die die Götter geweckt hätten. So viele Schreie. Oh, yeah. Nun, bitte lass mich allein, bevor uns jemand sieht. Verhalte dich ganz normal. Ja. Okay. Okay, dann gehen wir mal da runter. Ah, durch da, hoch. 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 Noch mal hoch. Na, hier sollte ich vorsichtig sein. Hey! Du Wurm! Oh Gott. Ui, dann muss ich mal da hoch. Ich dachte, ich könnte mich stillschweigend... Ich habe dich. Ich habe dich. Was ist denn? Gibt es eine neue Idiotensteuer? Du bist kein Gehirn! Du hättest fliehen sollen, als du noch konntest! Ach, herrje, macht der Schaden. Uuuh! Okay. Noch mal. Noch mal. Noch mal. Jetzt müssen wir bald auch noch auf das Krokodil ausschalten. Ich hoffe, das ist nicht so stark. Das ist echt eine Sache. Ich hoffe... Das klingt richtig nach Römisch. Ach ja! Griechen. Hier komme ich nur drauf. Also, es ist nicht römisch, aber griechisch. Und die haben ja recht... Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Hey, was? Ein paar... Wie nennen wir das? Ähnlichkeiten. Okay. Abschaum. Wir sind merklos. Stirb endlich! Nein, ich sterb nicht. Hör! Ja, toll. Sehr gut. Oh. Der Arme hat gar keine Chance gegen mich gehabt. Das muss der Ort sein, den der Steinmetz meinte. Okay. So, ach, guck mal, hier sind direkt... Bei Amun. Was ist hier geschehen? Nachricht vom Metzger. Deine Bezahlung befindet sich am südlichen Ort unter der badenden Sorbek. Das Krokodil darf nicht enttäuscht werden. Nimm dem Bauern seinen Arm ab. Sag ihm, der Nächste, der sich weigert, verliert seinen Kopf. Der Metzger. Jemand, der sich Metzger nennt, erpresst die Bauern. Ich muss ihn finden. Okay. Ich folge der Spur seiner Beute. Ein badender Sorbek. Ein Bad... geht nicht ohne Wasser. Also ein Sorbek im Wasser. Ja. Der Sobek-Statue, okay. Ach, er ist weit weg. Ah ja, dann nehmen wir... Dafür nehmen wir uns zur Zeit. Okay. 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 Dann das... ...bereiten einfach mal auf Glück. Okay. Oh, ist das schön. Hm. Mal gucken, wer der Metzger ist. Vielleicht ist der ja sogar das Krokodil. Das könnte ja sein. Dass der... Das Krokodil ist in uns eigentlich... Dass wir uns damit sogar die Arbeit abnehmen, dass wir das Krokodil direkt finden. Besuche den... In der Nähe gibt es eine Sobek-Ruine. Da könnte die Beute des Metzgers sein. Das sind Wachen. Dann bin ich richtig. Der badende Sobek muss in der Nähe sein. Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, so viele Krokodile. Oh mein Gott. Okay, nochmal. Nochmal, nochmal, nochmal. Ausrüstung aus dem Shop. Also, ich hab gekauft, Bier geschnitten. Okay. Das sind Wachen. Dann bin ich richtig. Der badende Sobek muss in der Nähe sein. Okay, wer hat mich gesehen? Wer hat mich denn... Das wird nicht gesehen. Aua. Was? Oh Gott. Nein, nein, nein. Oh Gott. Ich könnte mich ganz genüsslich in Szene setzen, aber ich hab besseres zu tun. Oh Gott, sind das viele. Hilfe. Okay. Das sind Wachen. Dann bin ich richtig. Der badende Sobek muss in der Nähe sein. Oh Gott. Okay, okay, ganz froh ist. Und wir klettern da. Hier schießen sie zuerst. Dein Name wird ausgerottet, du Narr. Ich bin gar nicht da. Was zum... Das war's. Stirb! Da rennt das Krokodil. Ein Krokodil? Okay. Okay, der Camp King, das Krokodil. Vielleicht stirbt er ja. Ich hoffe es. Hey! Zu mir, Brüder! Was? Ich erlege ihn! Oh Gott. Hast du wirklich gedacht, dass du überlebst? Ein einfacher Schuss! Oh Gott, ja. Oh Gott. Da ist der Nächster. Das gibt's doch gar nicht. Dieses Zittern so. Das ist doch nicht wahr. Der Tod als Geschäft in Memphis. Der Tod. Ich kann das gar nicht lesen. Huch. Wache, eh. Bin ich einmal auf das komische Ding raufgekommen. Das sind Wachen. Dann bin ich richtig. Der badende Sobek muss in der Nähe sein. Halt! Bleib stehen! Hey, was? Dieser Ort wird schwer bewacht. Was? Du bist ein Wurm! Du meine Wanze! Kalk und Hupza. Au. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Drei Koko-Tiger. Da ist der Bach. Das sind wir alle. Ich habe noch nie einem Mann den Arm abgeschlagen. Hast du gesehen, wie sauber der Schnitt war? Direkt durch den Knochen! Das nenne ich Talent. Haha, Götter, wie der geschrien hat! Oh Gott. So. Wer den Metzger kennt, würde das auch nie in Betracht ziehen. Er soll froh sein, dass es nicht sein Kopf war. Nicht viele hatten das Glück, zu überleben. Ich töte dich! Aha. Das bleibt doch nicht stehen! Das bleibt doch nicht sein, dass wir den Metzger sind, du Töter! Okay, dann machen wir aber hier jetzt mal eine Pause. Ich kriege sonst einen Anfall. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir werden morgen in diesem Tempel das so wegkommen. So, und bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.